Das ist Verena. Verenas größter Wunsch ist es, in ihren eigenen vier Wänden zu wohnen. Von ihren Freunden weiß sie, dass dieser Wunsch mit dem neuen Bausparen leichter realisierbar ist. Um sich darüber zu informieren, besucht sie die Bank ihres Vertrauens. Herr Pichler hat schon eine Lösung parat. Wer regelmäßig in den reifeißen offenen Pensionsfonds einzahlt, spart sich neben einer privaten Zusatzrente auch ein Kapital für das Eigenheim an. Von nun an steckt Verena stetig einen Betrag in ihr Sparhäuschen, bis nach mehreren Jahren ein beachtliches Startkapital angereift ist. Schließlich ist der große Tag da und sie will ihr Vorhaben umsetzen. In ihrer Reifeißenkasse angekommen, erhält sie jetzt ein vergünstigtes Bauspardarlehen bis zum doppelten Betrag des angereiften Kapitals. Endlich kann sie ihren Wunsch verwirklichen. Der Vorteil dabei ist, dass ihr Spar des Impensionsfonds verbleibt. Als Rentenschweinchen wächst es noch viele Jahre weiter, damit Verena auch im Ruhestand genügend finanzielle Reserven hat. Verena ist sehr glücklich, was auch an Werner liegt, der seit kurzem bei ihr wohnt. Reifeißen. Meine Bank.